Was das denn heißen? Naja, du bist kein Brad Pitt. Wird Uschi in der nächsten Folge einen furchtbar schmerzvollen Tod erleiden? Männer! Also soweit ich das sagen kann, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Denn nächste Woche haben wir ein Battleground-Special. Jawoll! Endlich mehr Hordedreschen, ne? Wieso immer gleich töten? Warum können wir nicht einfach nett mit ihnen reden? Naja, weil wir ihre Sprache nicht verstehen. Außerdem sollen wir in Hordler Elfen roben. Tötet die Schweine. Seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn unsere Helden ihren ersten Battleground betreten und der Allianz Ruhm und Ehre bringen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Las aventuras de los Osos Gobi. Los intereses, valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Viajan marchando, en bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son, que afrontan sin vacilación. Aventuras de los Osos Gobi. Aventuras sin comparación, todos los Osos Gobi. Sol Musik Musik